Ihr wisst wahrscheinlich schon, dass einige Secrets in Roblox Book Haven Fake sind. Und wir werden herausfinden, welche davon und welche nicht. Und dafür hab ich... Ey, Jungs, schaut doch mal diesen komischen Typ, Mann. Oh, Mann, der Typ sieht aus, als hätte er überhaupt keine Ahnung von Secrets. Äh, was, das stimmt schon überhaupt nicht. Ich hab schon super viele Secrets gezeigt. Oh, Mann, Jungs, der Typ hat absolut keine Ahnung. Wollen wir ihm zeigen, wie die Welt hier funktioniert? Oh, ja, und wenn du so intelligent bist, dann finde doch das Secret hier im Feuerwehrhaus. Ha, das Secret im Feuerwehrhaus, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Äh, ja, also man kann sich als Kiste verstecken und dann sich hierhin stellen, wie ein gewisser Aberog es tun würde. Seht ihr, Leute, ich hab's euch doch gleich gesagt. Der Typ hat absolut keinen Plan. Jungs, Aktion. Ich bin immer noch kein Junge. Bist du sicher? Manchmal hab ich das Gefühl, dass ich... Okay, ist ja gut. Jungs und Mädels, mein Gott. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich glaub euch ehrlich gesagt gar nichts. Ihr seid wahrscheinlich einfach solche Fake-Secrets-Typen. Ja, dann zeigt mir mal euer großartiges Secret, was ihr hier gefunden habt. Eine Leiter. Wow, ich bin super beeindruckt. Beeindruckt. Die Zuschauer sind auch schon beeindruckt, ja? Die haben ihr Popcorn quasi schon wieder ausgekotzt. Okay, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was ihr hier vorhabt. Oh, Mann, oh, Mann. Also erstmal müssen wir hier runter, okay? Mhm, mhm, mhm. Und dann platzierst du da einen Schlafsack. Genau hier. Oh, okay. Und was soll mir das jetzt bitte sagen? Und was da... Hä? Warte mal. Oh, was war das denn? Oh, mein Gott, das war ein geheimer Raum im... Ich muss da unbedingt nochmal hin. Oh, okay. Also gut, ich gebe zu, hier gibt es eventuell ein Secret sogar. Ach, das ist aber trotzdem nicht cool genug. Also da muss ich mir schon irgendwas Besseres bieten. Aber okay, dieses Secret ist wahrscheinlich echt. Ah, bist du schon beeindruckt, mein Junge? Hä? Wie läuft's denn? Hä? Warte mal, hinter dir ist gerade ein Geistermotorrad langgefahren. Was ist das denn? Oh, ich hoffe, dieser Trick hat dich begeistert. Oh, wow. Der war wirklich echt schlecht. Oh, Mann, ey. Na schön. Gut, ich bin ja schon beeindruckt oder begeistert, wie du sagen würdest. Aber kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Natürlich, wenn ich es dir verraten. Hier, lies das in diesem Buch nach. Secrets für Dummies. Wow, okay, na gut. In diesem Buch steht auf jeden Fall... Lol, Alter, das ist ja wirklich ein Geistermotorrad. Okay, gut. Ich muss mich erstmal ganz klein machen. Das bedeutet, wir machen uns dann einfach mal zu 0,4 ungefähr. Das ist das Kleinste, was geht. Und dann müssen wir uns irgendwie dunkel machen. Also eine schwarze Hautfarbe auswählen und dann alle Sachen wegmachen, die wir haben. Und nun ist das Einzige, was wir machen müssen, noch zusätzlich in den Ablegen-Modus gehen, den ich sehr schön übersetzt werde, wenn ich ehrlich bin. Und dann werden wir noch uns ein Motorrad holen, sozusagen, und uns da reinlegen. Und... Wuhu! Das funktioniert ja ausgezeichnet. Okay, man sieht noch ein bisschen mein kleines T-Shirt dadurch schimmern. Aber das liegt auch daran, weil ich halt mein T-Shirt noch anhabe. Wenn ich irgendwas Dunkles anhätte, würde man wirklich gar nichts sehen. Das ist ganz schön cool. Damit kann man, glaube ich, echt seine Freunde erschrecken. Oh, Mann. Oder, Leute? Begeistert. Ach ja, okay. Ich höre schon auf. Gut, ähm, okay, Leute. Das... Ich gebe zu, das ist auch ziemlich cool und auch ein tatsächlich echtes Mysterium. Aber... Aber was, Kleiner? Ey, hast du mich gerade klein genannt? Ja, hab ich. Hast du ein Problem damit? Hm. Nein. Ich bin klein vom Körper her, aber du bist sehr klein vom Kopf her. Ha, 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 ha. Gut. Okay, na schön. Habt ihr noch irgendwas cooles für mich? Oh, natürlich. Da kenne ich was ganz, ganz Besonderes. Ähm, aber dafür musst du erst mal mit uns mitkommen. Und zwar zur Waschstraße. Okay, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Was genau habt ihr hier bei der Waschstraße denn vor? Weißt du, was passiert, wenn du dein Auto wäschst? Dann ist mein Auto sauber. Äh, ja, genau. Richtig. Und dein Auto ist auch noch schneller. Hier in Brookhaven. Es ist schneller? Im Ernst? Willst du mir wirklich gerade erzählen, dass wenn ich mit meinem Auto durch die Car Wash fahre, dass ich dann schneller bin als davor? Ganz recht. Und um dir das zu beweisen, werde ich ein Rennen gegen dich fahren. Höchstpersönlich. Okay, na schön. Da bin ich ja mal gespannt. Gut, dann fahre ich jetzt einfach durch die Waschanlage durch, ja. Schnell lassen wir das mal hier mal ganz kurz stehen. Dann drücken wir einmal auf den Knopf, ne. Machen mein Auto super blitzblank sauber. Und das stimmt auf gar keinen Fall. Wir werden ja noch sehen, wer hier recht behält. Ich? Womit willst du denn recht behalten? Keine Ahnung, aber ich wollte auch mal was sagen. Okay, cool. Ich bin bereit. Sobald sie ihren Schuss abgibt, dann werden wir ein Rennen gegeneinander fahren. Mein Auto ist gewaschen und deins nicht. Ha, sieht man auch. Deswegen hat meins nämlich so eine coole Farbe und deins ist einfach nur weiß. Ähm, ja. Übrigens, wenn ich verlieren sollte, liegt das daran, dass ich zusätzliches Gewicht habe. Hi, ich bin Tim. Sei ruhig, Tim. Oh. Drei, zwei, eins. Oh, so. Es geht los, es geht los, es geht los. Oh, und. Man, oh, man, oh, man, oh, man. Okay. Ja, also. Du bist schneller als ich. Hallo, mein Auto ist gewaschen. Ja, der ist halt wirklich schneller als ich. Warum ist er? Ah, Hilfe. Oh, Mann, ey. Okay, also, das musst du mir jetzt mal erklären. Warum genau bin ich denn nicht schneller gewesen als du, obwohl mein Auto gewaschen war? Das, das liegt ganz sicher daran, dass du ein schlechter Fahrer bist. Aber das war doch nur eine Strecke, wo es nur geradeaus ging, ha? Ach, das ist deine Schuld, dass das nicht funktioniert hat. Nein, das glaube ich nicht. Aber weißt du, was ich glaube? Dieses Sequel ist fake. Oh, 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 das, das, das hat weh. Noch nie hat jemand zu mir gesagt, dass meine Sequels fake sind. Ja, okay, dann ist es jetzt das erste Mal. Trotzdem, hast du noch irgendwelche interessanteren Sachen, die wirklich funktionieren? Äh, ja, sicher. Natürlich. Wir müssen jetzt zum Geisterapartment. Oh, ha, 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 ha. Äh, wofür war das Lachen jetzt gerade notwendig? Ah, für die Atmosphäre. Komm mit. Wow, oh, hey. Wie, wie, wie sind wir denn hier gelandet? Wir haben uns teleportiert, Cedric. Ah, das kannst du wohl nicht. Ähm, okay, gut. Na schön, wir stehen hier auf jeden Fall vor einem Penthouse. Aber hier ist kein Penthouse. Also, was wollen wir hier? Natürlich ist da ein Penthouse, Cedric. Was? Wo soll denn da bitte ein Penthouse sein? Da ist gar nichts, da kannst du nicht mal reingehen. Du siehst es einfach nur nicht, Cedric, weil es ein Geisterpenthouse ist. Ah, ha, 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 ha. Ah, okay, reicht jetzt. Das ist nicht mal wirklich gruselig. Och, Mann, ey, verdammt man doch nicht den ganzen Spaß. Na schön. Auf jeden Fall brauchen wir mal wieder einen Schlafsack. Denn der Schlafsack ist das Tool für jeden. Aha, ein Schlafsack. Und dann, äh, oh, oh. Oh, lol. Das hier meinst du also mit Geisterpenthouse? Hier ist quasi ein Zimmer, wo nichts drin ist. Natürlich ist hier etwas drin, Cedric. Du siehst es noch nicht, weil es Geistermöbel sind. Und abgesehen davon haust ein Geist hier. Oh, äh, das bin ich. Tut mir leid. Was? Ach, komm schon. Leute, das ist doch auch nicht wirklich interessant. Also, okay, ja, es ist ein Sick und ich gebe es ja zu. Und es ist scheinbar auch echt Proof von Cedric. Aber lass uns jetzt einfach mal hier rausgehen. Ich bekomme langsam auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin. Oh, Gänse. Okay, ja, ist ja gut. Aber weißt du was? Du weißt ja jetzt, dass ein Geist in der Stadt lebt, nicht wahr? Ein Geist. Uuuuh. Ähm, könntest du mir einen Gefallen tun und vielleicht einen Schritt weiter rückwärts gehen? Oh, okay, wieso? Ah, schon viel besser. Gut, und was wollen wir jetzt hier nochmal? Wie war das mit dem Geist? Nun ja, wenn wir einen Geist in der Stadt haben, brauchen wir logischerweise auch ein Geistlokal. Und das finden wir ganz genau hier drinnen. Wow, ein Geisterlokal. Hä, das ist doch schon wieder einfach nur so ein näherer Raum. Und diesmal ist das sogar öffentlich zugänglich. Das ist richtig, Cedric, aber hier ist etwas drin. Nur siehst du es nicht, weil das ist ein geisterhafter Ohr. Mein Fuß tut weh. Siehst du, sein Fuß tut weh. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Geist war, aber ich halte das für kompletten Schwachsinn. Naja, egal. Gut, lass uns einfach was Neues anschauen. Oh, hey. Oh, hi. Beachte mich einfach gar nicht. Ich liege einfach nur ein bisschen unter der Treppe. Also, Leute, ich weiß echt nicht, wie es euch geht, aber vor lauter Sequence habe ich jetzt richtig Hunger bekommen. Lass uns doch mal ein Eis essen gehen und dann... Du, Cedric, bist schuld daran, dass ich dieses Eis nicht essen kann. Äh, weil du tot bist? Nein, weil ich mit meinem Arm nicht an meinen Mund komme. Ach so, du bist also neuerdings ein Zombie geworden. Wow, wie hast du das mit den Händen gemacht? Das ist doch ganz einfach, Cedric. Das kennt doch jedes Kleinkind. Nein, ich kenne das nicht. Habe ich dir erlaubt, aus dem Rucksack rauszukommen? Weg mit dir. Äh, ja, gut. Okay, dann zeig auf jeden Fall mal, wie du das gemacht hast. Na schön, aber nur, wenn du mir ein Eis ausgibst. Aber du kannst doch kein Eis essen. Egal, gut. Wir kommen auf jeden Fall mal mit. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was ist das hier für ein Kram? Du musst einfach an den Automaten gehen. Dann drückst du einmal E, gehst in den Avatar-Editor und gehst wieder raus. Dann machst du dich noch ein bisschen grün an und voila, so bist du ein Zombie. Wow, cool. Okay, gut. Also dann das hier, Moment, da müssen wir noch irgendwie in den Avatar-Editor wieder raus. Und, oh mein Gott, Leute, das sieht doch wirklich aus, als ob ich ein Zombie wäre. Wie cool ist das denn? Wow, wir sind jetzt alle Zombies, Leute. Lasst uns umarmen. Wow, oh, Mann, ey. Das funktioniert ja ausgezeichnet. Oh, okay, du kannst jetzt aber wieder normal laufen. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich gut. Und hoppela, oh, okay. Wenn man springt, dann setze ich das Ganze wieder zurück. Finde ich auf jeden Fall auch ziemlich witzig. Ähm, aber gibt's noch irgendwas? Alles klar, ich wollte dir übrigens noch mal ganz kurz sagen, ich habe mir eine neue Yacht gekauft. Eine neue Yacht? Ähm, äh, sag mal, wo ist denn die Frau hin, die bei euch war? Äh, die ist ertrunken. Was? Äh, ertrunken? Was laberst du denn da für ein Schwachsinn? Man kann nicht ertrinken in Brookhaven. Ja, er hat recht, man kann nicht ertrinken in Brookhaven. Man kann nicht mal trinken in Brookhaven. Äh, was, natürlich kann man in Brookhaven trinken. Hier seht ihr? Oh, das Ding berührt meinen Mund gar nicht. Okay, gut. Stimmt ja schon. Habt ihr noch nie ausprobiert, zehn Sekunden lang unter Wasser zu bleiben in Brookhaven? Zehn Sekunden lang unter Wasser bleiben in Brookhaven und dann kann man ertrinken? Ernsthaft? Ganz genau. Probier's doch mal aus, ha? Aber nur, wenn du dich traust. Ha, 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 ha. Okay, weißt du was? Ich trau mich das. Let's go. Woohoo. Einmal hier runter. So, und dann bleiben wir jetzt hier zehn Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, Mann. Nein, ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht. Also, wir sind hier lange unter Wasser gewesen, aber man kann nicht ertrinken. Das ist fake. Äh, das ist fake? Oh mein Gott. Dann ist sie ja nicht ertrunken. Sie ist doch nicht ertrunken. Sie hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben, dass sie sich um irgendwas in einem Rucksack kümmern muss. Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Ah, okay, na schön. Gut. Oh gut, wenn das so ist, dann können wir ja schon mal wegfahren mit der Yacht. Wegfahren mit der Yacht? Man kann wegfahren mit der Yacht? Äh, 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 hol. Hey, das wäre ja ziemlich cool, wenn man mit der Yacht hier auf dem Wasser rumstippern könnte. Äh, wie, wie geht das denn? Oh, Cedric, natürlich kann man die Yacht fahren, das weiß man doch. Aber dafür müssen erstmal ein paar wichtige Vorbereitungen getroffen werden. Und welche meinst du damit? Erstmal. Schauen wir uns blau, das Bild der Weisheit ein und klicken einmal drauf. Okay, wie du meinst. So, gut. Und dann setzen wir uns auf den Boden. Alles klar, aber was genau soll das denn bringen? Nicht in echt, du Dödel. Ach so, sag das doch gleich. Oh Mann. Und dann müssen wir nur ans Steuer gehen und die Yacht steuern. Probier's ruhig aus. Das hört sich schon wieder komplett blöd an, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wie du willst. Oh Mann, ey. Dann setzen wir uns jetzt da hin. Und wie kann ich das Ding jetzt fahren? Also ich drücke hier ein bisschen rum und so weiter. Aber ehrlich gesagt tut sich hier gar nichts. Mit Pfeiltasten vielleicht? Nee, mit irgendwie irgendwas anderem. Oh, okay, ja. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Ach, Cedric, du bist doch so blöd. Zieh dir die roten Lichter an. Die Yacht ist doch noch gar nicht eingeschaltet. Aha, und wie schaltet man sie bitte ein? Äh, keine Ahnung. Und das weiß ich tatsächlich nicht. Oh Mann, weißt du was? Das Secret ist auch fake. Heute schauen wir uns auf jeden Fall mal wieder neue Secrets in Roblox Brookhaven an. Alter, ja, eine fliegende Limousine. Und deswegen schauen wir uns heute auf jeden Fall ganz besondere TikToks an, die... Weiche Fremdling. Hey, endlich hab ich dich erwischt. Ich bin Mann mit Flammenhand. Mann mit Flammenhand? Von dem hab ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Aber wow, ey, du hast ja wirklich eine Flammenhand. Ja, Mann, denkst du, ich heiße nur so zum Spaß? Ähm, wer weiß, es sind in Brookhaven ziemlich viele komische Menschen unterwegs. Ach ja, und wer denn? Äh, natürlich der Typ da hinten. Hey, ich bin komisch und ich stehe dazu. Aber, Cedric, wenn du auch die krasse Flammenhand haben willst, dann musst du die drei unlösbaren Aufgaben von mir lösen. Ach, Quatsch, ich brauch deine Hilfe doch gar nicht. Ich hab TikTok. Wie bekommt man eine Feuerhand in Brookhaven? Okay, sag mir bitte irgendwas ganz Wichtiges. Erstmal gehen wir zum Strahlenraum im Krankenhaus. Okay. Okay, Mann, ganz einfach. Ich sag dir, wie du das gemacht hast. Erstmal gehe ich zum Krankenhaus. Und dort werde ich auf jeden Fall alle möglichen Sachen finden, die... Kommst du mit? Ich will dir zeigen, was ich dir zeigen will. Was? Also dann, wir müssen jetzt einfach in den Röntgenraum und... Hey, Moment mal. Wer seid ihr zwei Fische? Oh nein, den hab ich ja ganz vergessen. Der komische Doktor. Hey, sag mal Doktorchen. Ich... Hä? Was ist das denn? Ah, Feueralarm! Feueralarm! Rette sich, wer kann! Rette sich, wer kann! Hilfe! Feueralarm! Äh, ist das deine Schuld gewesen? Warum sollte das denn meine Schuld sein? Ach so, du meinst wegen... Oh, naja, gut. Naja, wie dem auch sei. Wir müssen einfach nur mal ganz kurz in diesen Strahlenraum hier. Und dann müssen wir... Und hier werden wir dann einfach mal, äh, ein Item, äh, dieses... Also dieses Krankenbett, äh, Dingsen. Und da werden wir dann den Freund drauf platzieren. Oh Mann, das mit dem Freund ist ein bisschen schwieriger. Also gut, jetzt... Jetzt, wo wir hier sind, brauche ich einen Freund. Das Problem ist nur, der Einzige, der gerade hier ist, ist der Mann mit der Flammenhand. Tja, Cedric, so viel zu du brauchst meine Hilfe nicht. Also, willst du die Flammenhand nun oder nicht? Oh Mann, ja, okay. Was soll ich für dich tun? Du sollst für mich tanzen. Bitte was? Nein! Oh, ist das peinlich. Bist du jetzt zufrieden? Haha, ja, das war schon ganz gut. Okay, Mann, ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Dann, äh, werde ich dich jetzt einfach mal hier reinschubsen. Okay, gut, jetzt mache ich das Ganze weg. Und muss dafür sorgen, dass mein Freund nicht springt, okay? Folge dir. Ja, ich kann dir ja auch nichts anderes tun, als du dir folgst. Ich gucke mir gerade dein Video an. Was? Okay, also, wenn du dann da drin bist, dann können wir einfach... Dann werden wir hochgepottet und haben auch eine Flammenhand. Das ist ja richtig cool. So, dann lasse ich dich los und du darfst dich auf gar keinen Fall bewegen, ja? Ja, alles klar. So, dann werde ich ganz kurz diesen Knopf drücken und dann habe ich die Flammenhand, nur leider nicht außerhalb und deswegen werde ich einfach mal... Moment mal, ganz kurz. Du bist zwar jetzt hier, aber das hat jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht mal funktioniert. Ich wollte eigentlich nach draußen und nicht hier rein. Kann ich mich jetzt endlich wieder bewegen? Äh, ja, klar. Nein. Aber siehst du, Cedric, und deswegen vertraut man nicht irgendwelchen komischen TikToks. Ich zeige dir, wie das geht, Mann. Erstmal nehme ich jetzt diese Krankenbarre. Aha, und was genau sitzt der Sinn dahinter? Ich werde dich jetzt fallen lassen. Dann drückst du auf den Knopf und ich hole dich zurück. Oh, das ist ganz schön smart. Na dann, los geht's. Hopp, hopp, hopp. Ähm, okay, also dann, dann drücke ich einmal hier drauf, bewege mich nicht und du kannst mich jetzt wieder zurückholen. Hört er mich überhaupt... Ah, perfekt. Jo, stimmt. Jetzt, Leute, jetzt habe ich die Feuerhand. Oh, yes, Alter. Das hat ja viel besser funktioniert, als ich dachte. Oh, mein Gott, wie cool. Jetzt bin ich, Mann, mit Flammenhand und du nicht mehr. Hahaha. Okay, na schön. Äh, gucken wir uns mal das nächste Secret an. Okay, Leute, wollen wir so fliegen? Alter, ja, eine fliegende Limousine, ein neues Flugzeug, das wäre ziemlich krass. Okay, als erstes müssen wir zum Pool gehen. Kein Problem. Okay, zum Pool müssen wir dafür erstmal. Der Pool ist direkt hier um die Ecke und da sollten auf jeden Fall schon ein paar Leute sein. Oh, Mann, oh, Mann, ey. Ein Badegast und der Bademeister. Guten Tag. Ey, komm bloß nicht auf die Idee, über den Becken ranzuspringen, ja? Äh, nein, das habe ich nicht vor. Ich habe ganz, ganz andere Sachen vor. Hahaha. Und wenn wir beim Pool sind, dann werden wir hier irgendein Auto spawnen, was wir wollen. Oh, können wir alles einfach zu einem fliegenden Auto machen? Wow, was? Jo, lol. Man kann an Reetog Autos fliegen lassen, so auf diese Art und Weise. Alter, das ist ja immer mega cool. Das müssen wir sofort ausprobieren. Also dann, Leute, lasst uns das mal ausprobieren. Wir platzieren hier ein Auto und zwar genau so und dann... Wow, lol. Okay, das war schon ganz gut. War ein nicer Versuch. Aber das kriegen wir safe noch besser hin. Und wir müssen uns reinsetzen. Hey, Moment. Habe ich dir erlaubt, Autos wegzuwerfen? Äh, das war ich gar nicht. Das war dein komisches Springbrett. Wuhu. Alter, Junge, das geht ganz schön hoch, nicht wahr? Wuhu. Alter, Junge, das sieht ganz cool aus mit dem Feuerdings hier. Und Feuer im Schwimmbad ist auch untersagt. Oh, Mann, Leute. Ich glaube, ich sollte hier... Ich sollte ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Okay, Leute. In das nächste Auto steigen wir auf jeden Fall ein. Wupp. Wupp. Nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott. Oh, mein Gott, ist das hochgeflogen. Da kommt mein Auto geflogen. Da kommt mein Auto geflogen. Und let's go. Nein. Und zack, zack, schnell rein. Nein. Ach, komm schon. Diesmal bekommen wir es hin. Jetzt. Nein. Ach, komm, das ist doch schon wieder weg. Hey, ich habe dir gesagt, du sollst keine Autos durch die Gegend werfen. Na, warte. Oh, Gott, oh, Gott. Schnell weg hier, schnell weg hier. Diese Typrasse kommt nicht aus. Okay, ich habe es leider nicht geschafft, reinzusteigen. Aber wir wissen zumindest, dass es fliegende Autos in Brookhaven gibt. Die hier werde ich lehre, mich zu respektieren. Okay, Leute. Ich habe den perfekten Plan, wie wir für ihn unerreichbar sein können. Und zwar genau so, indem wir einen fliegenden Schlafsack haben. Das wäre ziemlich cool. Okay, erstmal brauchen wir eine Leiter und ein Campingbett. Ja, okay, das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Hey, Mann, dieser Typ ist total irre. Okay, okay, Leute. Wir brauchen ganz schnell eine... Was brauchen wir nochmal? Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlafsack und eine Leiter. Okay, Mann, wo ist denn diese blöde Leiter? Und zack, ich habe sie, Leute. Okay, okay. Was jetzt? Dann müssen wir die Leiter platzieren und dort oben drauf das... Okay, ich glaube, ich kann mir sogar schon erklären, wie genau das funktioniert. Da müssen wir einfach drauf springen und dann da oben hinkommen. Okay, das kriegen wir vielleicht hin. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Leiter platzieren. Da oben das Ding drauf. Zack, zack, rein. Und die Leiter wegmachen. Oh, mein Gott, Leute. Alter, wir schweben im Himmel. Let's go. Haha, du kommst nicht an mich ran. Mann, bist du dir da 100% sicher? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ah, ah, Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Diese Bademeister in der Stadt sind auch wirklich komplett irre. Oh Mann. Na gut, vielleicht habe ich irgendwas anderes, was mir helfen kann. Äh, TikTok. Okay, bitte hilf mir, Mann. Bitte hilf mir. Was? Nein. Irgendeine komische Position. Ich weiß nicht, ob mir so viel hilft, aber wir können es trotzdem mal probieren. Erstmal müssen wir auf jeden Fall zu einem Hotelraum. Okay, dann würde ich sagen, dann ab geht's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird mir wirklich ein bisschen zu knapp. Schnell zu den Hotelrooms. Schnell zu den Hotelrooms. Und rein. Let's go. Schnell abschließen. Oh Gott, oh Gott. Endlich haben wir ihn abgehangen. Die sind irren. Hallo, Cedric. Ich warte auf dich. Nun müssen wir in die Dusse gehen. Okay, in die Dusse. AFK eingeben. Alles klar. Und sobald wir das gemacht haben, müssen wir den Hotelraum entfernen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, ähm, jetzt müssen wir auf jeden Fall nur ganz kurz in die Schauer rein. Ach nee, Moment, stopp. Erstmal müssen wir AFK oben in den Chat eingeben, dass wir diese komische Pose machen. Dann werden wir schauern. Dann machen wir das. Und genau in dem Moment, Leute, müssen wir auf jeden Fall irgendwie das Haus wegmachen. Und zwar genau so. Perfekt. Oh, oh, oh nein. Oh, okay. Dann, warte, warte, warte. So, ah, okay, okay, okay. Okay, Leute, ich habe was ganz kleines falsch gemacht. Denn erstmal müssen wir hier drauf klicken und darauf klicken, dass wir uns bewegen können. Das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen übersehen, aber jetzt können wir auf jeden Fall uns irgendwo anders hin tippen. Und zwar genau hier. Perfekt, Leute. Oh, yeah. Jetzt sehe ich irgendwie aus wie so ein Redner oder, oder ich weiß auch nicht genau, was ich da gerade mache. Oh, das nächste Sekunde, was ich euch jetzt zeigen werde, ist etwas ganz, ganz Besonderes in diesem großen Haus hier. Und zwar ist das das, äh, Botanikhaus. Wenn ich jetzt einfach mal, zumindest sind da ziemlich viele Pflanzen drin, Leute. Und hier gibt es auch etwas ganz, ganz Geheimes. Habt ihr nämlich schon mal den Tresor in diesem Haus gefunden? Ich bisher noch nicht tatsächlich. Aber ich habe herausgefunden, dass es jetzt hier einen ganz besonderen Tunnel gibt, der sich hier irgendwo befinden soll. Und ich weiß nicht genau, wo er ist, aber es könnte möglich sein, dass er hier irgendwo in der Nähe ist. Hm. Und zwar ist das genau hier irgendwo. Ich muss es nur... Oh, ah, perfekt, Leute. Oh, yeah. Jetzt haben wir da so ein paar Pflanzen rumstehen oder sowas. Auch ganz interessant. Das wusste ich gar nicht, weil das Haus schon ein bisschen älter ist. Jo, äh, aber wo ist denn der Tresor hin? Hallo? Moment mal. Hier, hier war doch mal ein Tresor oder so. Okay, also wir haben jetzt hier zwar einen Gang gefunden, wenn ich ehrlich bin. Allerdings haben wir hier keinen Tresor gefunden. Beziehungsweise der scheint hier nicht zu sein. Oder ist der hier irgendwo anders? Hm, komisch. Heute schauen wir uns ganz neue Secrets in Roblox Proclaim an. Dazu gehören Sachen wie, wie kann ich mich unsichtbar machen? Bleibt auf jeden Fall dabei und drückt den Like, um nichts mehr zu verpassen. Da ist der Dorito-Fresser. Schnappt ihn euch. Oh Gott, oh Gott. Nein, Leute. Die Püngelei ist auf der Jagd nach mir. Ich muss mich ganz dringend irgendwo verstecken. Schnell die Tür zu. Aha, du willst es also auf die harte Tour? Besorgt mir die Bombenladung. Ei, ei, Sir Pringle. Oh Gott, oh Gott, Leute. Ich habe nicht viel Zeit. Am besten wäre es, wenn ich mich unsichtbar machen könnte. Okay, dieses Video zeigt mir, wie ich mich unsichtbar machen kann. Das ist nur für Verstecken. Ja, ich muss mich ganz dringend verstecken. Mann, was soll ich tun? Erstmal brauchen wir ein Haus. Okay, in dem Haus sind wir auf jeden Fall schon. Was soll ich jetzt hier machen? Ich muss mich jetzt nun klein machen. Okay, alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Leute. Wir machen uns ganz schnell klein. 0,4. So. Was passiert jetzt? Mann, bitte. Das ist dringend, die Verletz-Animation. Okay, die Verletz-Animation auswählen. Und dann müssen wir unseren Avatar resetten. Und wir sind unsichtbar. Alter, was? Das ist krass. Das müssen wir sofort ausprobieren. Gut, gar kein Problem, Leute. Wir nehmen einfach die Verletz-Animation rein und resetten unsere Charaktere. Und zack. Lol, was? Ich bin wirklich unsichtbar. Alter, wie krass ist das denn? Platziert nun die Ladung, Männer. Drei, zwei, eins. Ausschwärmen. Wir müssen den Dorito-Fresser finden. Oh je, oh je. Da kommen sie, Leute. Ähm, alles ist gut. Alles ist gut. Oh Mann, Leute. Ich bin wirklich unsichtbar. Sie können mich unmöglich sehen. Der Typ ist wirklich so blöd. Der sieht mich gar nicht. Oh, äh, sie sollten hier keine Bomben platzieren ein bisschen. Okay, Lord Pringle. Wir haben leider nichts gefunden. Was? Das ist unmöglich. Er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Könnte das nicht eine dieser wahnsinnigen Dorito-Superkräfte sein? Alex. Verstanden, Lord Pringle. Aua. Ja, okay. Ich hab ja schon verstanden. Doritos verleihen keine Superkräfte. Sie sind die Widerwärtigkeit in Dreiecksform höchstpersönlich. Schreckt das Haus rundherum ab. Er muss ja noch hier irgendwo in der Nähe sein. Verstanden. Los geht's. Ähm, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr könnt schon weggehen, Leute. Hier ist absolut niemand. Hey, Moment mal. Hast du das gehört? Ja, Mann. Ich habe es gehört. Was genau hast du gehört? Ich habe gehört, wie du gesprochen hast. Äh, vergiss es. Oh Mann, Gott sei Dank ist die Pringle-Light ziemlich dumm. Na gut, dann, äh, warte mal. Hat der Typ gerade aus meinem Kühlschrank geklappt? Egal. Dann, äh, gehe ich mal hier raus. Haha. Oh Mann. Das war wirklich ein richtig, richtig guter Trick. Aber jetzt wäre es am besten, wenn ich sie doch irgendwie beobachten könnte. Nur vielleicht am besten, ohne dass sie mich sehen. Nur wie? Okay, vielleicht hilft uns dieses Secret irgendwie weiter. Ähm, also, lass uns mal gucken, was genau sie gerade tut. Okay, sie nimmt ein Pferdenglas. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Fernglas finde. Okay, gut. Äh, wir brauchen scheinbar, äh, wo erst mal ein Fernglas. Äh, ich glaube, ich habe vielleicht oben noch eins liegen. Äh, wobei ich mir ja nicht gesagt noch gar nicht mehr so sicher bin. Mein Gott, was ist das denn für eine dumme Treppe hier? Äh, so. Let's go. Habe ich vielleicht hier irgendwo noch ein Fernglas liegen? Vielleicht? Ah, perfekt. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein Fernglas. Muss es in die Hand nehmen und dann machen wir was damit? Okay, dann gehen wir auf die Housecamps und nutzen die Animation mit dem, mit der, Äh, oh, no, dann können wir uns umgucken oder sowas. Alter, wir können uns umgucken, einfach ohne da zu sein. Das ist ja mal mega smart. Ah, ja, okay. Dann lasst uns mal auf Housecamps gehen. Oh, Leute, ich sehe da oben, das hier sitzt auf jeden Fall schon an. Da drücken wir mal F. Und dann, oh, 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 hallo. Ah, nice. Okay, 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 gar nicht mal so schlecht. So können wir auf jeden Fall die anderen Leute beobachten, ohne dass sie wissen, dass ich ihnen zugucke. Äh, da oben ist dieser SWAT-Typ auf jeden Fall noch von der Pringle-Eye. Und da ist der eine Typ, der ein bisschen dumm ist. Und da ist der andere. Okay, perfekt. Die scheinen alle draußen zu sein. Okay, Leute, es scheint so, als würde der Kommandeur befehlen, dass sie jetzt fahren. Oh, mein Gott. Ja, die, die Pringle-Eye fährt weg. Okay, Leute. Haha, nice. Das ist mal wieder ein weiterer Sieg für die Doritos. Haha, das war doch zu einfach. Oh, Mann, oh, Mann. Gut, jetzt, wo wir erfolgreich der Pringle-Eye entkommen sind, äh, müssen wir nur noch gucken, was wir noch so machen. Ich habe gehört, dass es an der Rakete noch ziemlich, ziemlich coole, unbekannte Secrets gibt. Doch, ich meine, Leute, das, das ist so weit weg. Äh, da wäre es doch viel, viel praktischer, wenn wir einfach hinfliegen würden, oder? Und zwar genau so, wie man in Brookhaven fliegen kann. Let's go. Say AFK. Okay, ich hoffe, das ist jetzt nicht alles, aber gut, mach ich. Okay, das sollte ja nicht allzu schwierig sein. Äh, AFK. So, äh, dann machen wir auf jeden Fall den Jesus. Okay, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber gut. Versorge dir ein Horse. Also ein Pferd auf jeden Fall. Gut, das können wir auf jeden Fall auch machen. Sollte kein Problem sein. Okay, gut. Wo genau bekomme ich denn jetzt ein Pferd her? Und die andere Frage ist, wie genau hilft mir das eigentlich fliegen zu können? Aber, naja, ich bin mir sicher, vielleicht hat der Nachbar doch ein Pferd in seiner Garage stehen. Mal schauen. Ich meine, man kann ja mal fragen. Also gut, ähm, dann, äh, oh, hi, äh, was geht? Ach, Cedric, was geht ab, du alte Sau? Äh, ja, genau. Also, ich wollte dich fragen, ob... Also, du hast die Musik aber schon immer ganz laut, ne? Das höre ich schon relativ oft. Wollte ich dir nur mal kurz gesagt haben. Ähm, ja, ist ja gut, Mann. Ich wollte dich nur fragen, ob du ein Pferd hast. Ob ich ein Pferd habe? Was für eine dumme Frage. Ja, okay, du hast schon recht. Warum sollte jemand wie du ein Pferd haben? Na gut, dann gehe ich. Hey, warte mal ganz kurz. Wo willst du denn hin? Ich dachte, du wolltest das Pferd sehen. Was? Äh, also, hast du doch ein Pferd? Natürlich habe ich ein Pferd, Cedric. Mein Gott. Komm mit, das steht in der Garage. Alter, was? Äh, okay, na gut. Never mind. Ich... Oh, cool. Hier sind ja wirklich zwei Pferde. Na, dann probieren wir das Ganze doch mal aus. Oh, sobald wir das gemacht haben, müssen wir einfach dagegen klicken und dann können wir so fliegen. Äh, also, ich habe mir Fliegen irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Okay, alles klar. Dann, äh, oh, 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 ja, gut. Ähm, also, fliegen tut man damit schon so ein bisschen. Oh mein Gott, der kann fliegen. Oh, krass, Mann. Du bist Superman. Äh, nein, Mann, ich bin nicht Superman. Ich habe einfach nur ein TikTok geguckt und... Darf ich ein Autogramm haben? Darf ich ein Autogramm haben? Äh, ja, nein, ich muss ganz kurz weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, jetzt hält mich mein Nachbar für Superman oder so. Ach, das hat sich mit dem Fliegen... Lol, wie habe ich das denn jetzt geschafft? Egal. Naja, äh, auf jeden Fall hat sich das mit dem Fliegen nun doch erledigt. Ich glaube, wir müssen doch lieber einfach ganz normal den Bus nehmen. Ah, ich hasse Busfahren, Mann. Oh, na schön. Ähm. Hallo. Ja, warte jetzt, willst du einsteigen oder nicht? Ja, ich steige ja schon ein, Mann. Wo soll es denn hingehen? Äh, ich würde ganz gerne zur Raketenstation in... Ist mir doch egal, wo du hin willst. Hallo, wir sind dein Bus, wir fahren nach Linie. Und was genau soll das bitte bedeuten? Na, dass wir jetzt mit überall hinfahren, wo niemand hin will. Und danach erst dahin, wo jeder hin will. Mhm, ich sehe es. Du hast das Prinzip von Busfahren scheinbar wirklich verstanden. So, jetzt sind wir da und deswegen immer mit dem Bus fahren. Ah, ja, dankeschön. Oh Mann, oh Mann, Leute, egal. Lass uns auf jeden Fall ein paar neue Secrets hier abchecken. Äh, oh oh. Ist das die Pringle-Eye? Hey, Duda, warte mal ganz kurz. Äh, was genau gibt's denn? Äh, sag mal, Kevin, das ist doch der Typ, den wir vorhin gesucht haben, oder? Ich bin mir nicht sicher, wir sollten lieber Lord Pringle fragen. Okay, das ist eine gute Idee. Äh, Duda, bleib genau hier stehen und warte, bis wir wieder zurück sind. Ähm, okay, na gut dann, bis dann, Jungs. Und ich sag dir, das ist der Typ, Mann. Lass uns doch lieber sicherheitshalber den Lord fragen. Haha, die denken doch nicht wirklich, dass ich hier erwarten werde, Mann. So blöd bin ich doch auch nicht. Okay, schnell ganz rein. Okay, Leute, schnell rein hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Alter. Jetzt haben wir uns hier auf jeden Fall recht nicht gut versteckt, Mann. Es gibt nämlich eine neue Rakete in Blue Cave. Und hier gibt es auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich coole Sachen, die man machen kann. Diese ganzen Knöpfe haben nämlich sogar eine Funktion. Hier kommt ein Alarm. Da kann man ein bisschen diese Werte hier umstellen oder sowas. Äh, badabada, boom. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade 55% Oxygen. Und wenn wir da auch noch ein bisschen mehr klicken, haben wir 0% Sauerstoff. Höh, höh. Okay, äh, und, äh, naja. Sonst kann man hier auf jeden Fall mit diesem Knopf etwas ganz, ganz Besonderes machen. Und zwar, boom, Leute. Wenn wir das drücken, dann haben wir auf jeden Fall ein paar komische Alien-Fingerabdrücke und so weiter. Überall im ganzen Schiff. Und das ist natürlich sehr, sehr merkwürdig. Denn irgendwo hier müssen die Aliens reingekommen sein oder sowas. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich cooler Trick. Und natürlich, das größte Sekund hier ist das da oben. Leute, wenn wir hier reinspringen, dann finden wir... Ah, gut, dass du hier bist. Weißt du, was das Ding hier ist? Die meisten Brookhaven-Spieler stellen sich dieser Frage. Ähm, okay, und was genau ist es denn? Es ist das endoplasmatische Reticulum, um das Aroma der Pringles 30-fach zu verbessern. Ähm, da kannst du von mir aus die ganze Kugel reinmachen. Es schmeckt trotzdem nicht gut. Was? Was hast du da gesagt? Sowas würde nur ein Dorito-Fan von sich geben. Cedric! Ähm, das hätte ich jetzt nicht unbedingt sagen sollen, oder? Männer, schnappt ihn! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell weg hier, schnell weg hier. Juhu, wir sind gruselige Geister. Ah, Geister. Keine Sorgen machen, Mann. Ich kenne mich damit aus. Das sind sehr gefährliche Geister. Folge mir. Also, ich weiß zwar absolut nicht, warum ich dir eigentlich vertrauen sollte, aber irgendwie vertraue ich dir lieber als die Geister. Oh Mann, Alter, wie hat er das eigentlich mit dem Rücken gemacht? Ich glaube, da habe ich mal einen TikTok zugesehen. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich das schon mal gesehen habe. Hey, was machst du da? Keine TikToks gucken. Wir haben deutlich Wichtigeres zu tun. Was? Oh, ja, sorry, ähm, das lag nur daran. Ich wollte natürlich wissen, wie du diese komische Position machst, die du da machst. Das, Cedric, ist die geheime Laufposition für Geisterjäger. So sind wir deutlich schneller als normale Geister, wegen dem Luftwiderstand und sowas Physik. Ach ja, in Physik habe ich nie aufgepasst. Also, weiter. Und dafür müssen wir als erstes mal ein Motorrad bekommen. Oh, okay, dann brauche ich erst mal ein Motorrad und dann... Oh Mann, Cedric. Cedric, nur echte Geisterjäger können so laufen, niemand anderes. Moment mal, jeder Geisterjäger? Aber ich mache das doch gar nicht. Was machst du nicht? Bist du etwa selber ein Geist, der sich in unsere Köpfe geschlichen hat? Was? Oh nein! Ich kriege dich! Äh, alles klar. Ich weiß zwar auch nicht genau, was die da vorhaben, Leute. Aber wir ignorieren das einfach mal. Tun so, als hätten wir nichts gesehen. Alles klar. Ich werde mal mit dem professionellen Motorrad-Lieferservice sprechen und mir ein Motorrad bestellen. Und was zum Teufel geht hier eigentlich ab? Oh, hilf! Ein Geist! Äh, ein Geist, ich kriege ihn! Ja, ha, ha, ha! Ähm, ja, wisst ihr was? Während die sich da so ein bisschen verfolgen, werde ich jetzt mal ganz schnell ein Motorrad besorgen, damit ich auch ein Teil der Geisterjäger werden kann. Wuhu! So, was müssen wir denn jetzt machen? Okay, gut. Jetzt, wo wir dieses Motorrad haben, müssen wir zum Friseursalon gehen. Kein Problem. Okay, wir müssen damit wohl zum Friseur gehen. Da mal ganz kurz rein und werden mal darauf klicken, hier auf irgendwas, was... Warum komme ich denn hier bitte nicht durch? Alter, das ist ja wie von Geisterhand. Moment mal, was? Geisterhand! Ah! Gott angekommen, werden wir dann auf jeden Fall einfach mal auf Get Your Hair Washed klicken und, wow, und das Motorrad dann wieder wegmachen. Ah! So wird man also ein professioneller Geisterjäger. Interessant! Okay, egal, kein Problem, weil ich werde ja bald Geisterjäger, Leute. Wuhu! Ähm, ich kriege das irgendwie aber nicht angezeigt. Warum geht das denn? Ah, perfekt, perfekt. Da haben wir es. Get Your Hair Washed. Okay. Uh, nice, Leute. Das funktioniert, das funktioniert. Und dann müssen wir auf jeden Fall das Auto wieder wegmachen. Wuhu! Nice! Wie cool ist das denn, Leute? Jetzt bin ich auf jeden Fall auch ein Geisterjäger. Ein Geisterjäger? Ich mag keine Geisterjäger. Wir jagen, Geisterjäger. Uh, uh! Moment mal, was? Ah, schnell weg hier, schnell weg hier! Schnell, kann mir vielleicht irgendwas helfen? Ja, also ich könnte dir helfen, wenn du willst. Äh, nee, lass mal. Ich frage mal lieber TikTok, ob die irgendwas wissen. Ah! Okay, Leute, es gehen wohl irgendwelche komischen Gerüchte rum, dass es geheime Botschaften von Geistern in Brookhaven gibt. Wir müssen da, glaube ich, mal mit denen drüber sprechen, aber schauen wir mal nach. Okay, wir müssen erstmal zum X-Ray-Room. Okay, wir müssen sofort ins Krankenhaus, werde ich noch verfolgt. Ähm, ich glaube nicht, Leute, die Geister haben unsere Spur verloren. Das ist zumindest schon mal ganz gut. Ähm, so, äh, gut, äh, hey, äh, hallo, ich muss hier ganz kurz rein. Moment mal ganz kurz, du darfst ja doch nicht einfach reingehen. Das ist Eigentum des Krankenhauses. Äh, ja, und ich bin sehr krank. Ich meine, das sieht man doch. Finde ich nicht, ich finde, du siehst ziemlich gesund aus. Genau das wusstest du aber eigentlich auch schon, dass es Geister gibt, Mann? Die verfolgen mich nämlich und es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu besiegen. Geister? So was gibt's doch gar nicht, was für ein Käse. Moin! Hey, da ist Kitzel, das hat übel Spaß gemacht. Ah, Geister, es gibt sie wirklich. Oh nein, ich muss wieder mit meiner Tennis-Karriere anfangen. Was, ähm? Ah, Geister! Und da angekommen müssen wir in den Bunker hier, äh, was für ein Bunker, was laber ich da eigentlich? Nein, wir müssen doch da, okay, da liegt irgend so ein Zettel, wo ich jetzt gar nicht mal so drauf geachtet habe. Okay, so kommen wir auf jeden Fall in dieses komische Dings da, genau in dieses Wasserbecken, was es da gibt. Oh Gott, oh Gott, ich muss mich so schnell, wir mögen mich beeilen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, äh, äh, was machst du denn hier? Oh, ich hab mir diesen Brief durchgelesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum es sich da handelt. Aber ich glaube, es ist ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief? Das glaube ich nicht. Ach, das ist das, was ich im TikTok schon gesehen habe. Report. Everyone set at the time. Okay, eigentlich interessiert mich das auch gar nicht. Gut, lass uns da einfach mal reingehen. Let's go! Und was genau ist denn bitte hier? Was, was ist da überhaupt? Also, warte mal. Oh, da steht eine geheime Nachricht. Oh yeah, Leute, Mann. Das heißt, hier gab es irgendwo dieses komische Schild, wo diese Botschaft drauf stand. Und zwar genau hier nicht. Sondern hier auch nicht. Oder vielleicht hier. Ah, äh, nein. Das ist ganz komisch. Hier steht diese Botschaft irgendwie nicht. Im TikTok stand doch was. Okay, Leute, da steht irgendwas von Also, wir müssen nach irgendeinem Loch an einem Hügel gucken, wo irgendwas ist, was gefüllt wurde. Aber das steht da komischerweise nicht mehr. Haben die Geister irgendwas damit zu tun? Ey, Mann. Ich wollte dir nur ganz kurz Bescheid geben, dass ich nicht unter Wasser atmen kann. Oh, Mann. Ey, das ist ganz schön peinlich. Moment mal. Ich auch nicht. Ah! Was? Ah! Oh, Alter Junge, bin ich hochgesprungen. Wie war das denn? Ähm, hi, Mann. Ach, Cedric, du hast doch absolut keine Ahnung. Ich werde dir jetzt sehen, was es damit auf sich hat. Also, Cedric, Lektion Nummer 1 steht auf diesem Schild. Disturbance reported in janitor room at 6.28.3. Eyewitnesses reported. Äh, ja, aber ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Und abgesehen davon, warum läufst du eigentlich nicht mehr so komisch? Was meinst du? Oh, nein. Ich bin ja gar kein richtiger Geisterjäger mehr. Egal. Wichtig ist diese Mitteilung, Cedric. Das heißt, dass drei Geister irgendwo im Hausmeisterraum zu finden sind. Lass uns nach ihnen suchen. Okay, Mann, da bin ich dabei. Aber bevor wir das machen, brauche ich noch eine passende Ausrüstung. Also, passiert jetzt noch was? Nein, was hast du denn geglaubt? Dass auf irgendeine magische Art und Weise Klamotten kommen oder was? Oh, doch. Genau das passiert, Freundchen. Lass uns die Geister jagen. Weil der gefürchtete Geisterjäger Cedric auf jeden Fall keine Angst vor Geistern... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Tick-Tock. Okay, Leute, Brookhaven-Hacks. Puh, bitte irgendwas Wichtiges, was mir helfen kann. Geh zu der Polizeistation, alles klar. Wir gehen auf jeden Fall ganz schnell zur Polizeistation. Das sollten wir tun. Okay, Cedric, reiß dich zusammen, ja? Du bist der männlichste und gruseligste Geisterjäger, den es überhaupt gibt. Und ich werde jetzt meinen Kampfschrei rauslassen. Uah! Ja, Mann, Leute, ich bin kein Geisterjäger. Was soll das denn? Was ist denn mit ihm los? Ach, ich weiß auch nicht, was er hat. Egal, Cedric, bist du bereit für den endgültigen Kampf gegen die Geister? Ja, das bin ich und ich habe auch schon einen Plan. Und zwar werden wir zur Polizei gehen. Und dort werden wir uns ein ganz großes Geheimnis anschauen, mit dem wir definitiv die Geister besiegen werden können. Oh, cool, finde ich eine gute Idee. Und welches Geheimnis ist das? Ich bin dabei. Na, dann lass uns mal losgehen und TikTok vertrauen. Oh, die Geister sind immer noch da. Na gut, dann gehen wir, glaube ich, lieber über den oberen Weg. Und zwar, indem wir springen. Let's go, Leute. Let's go, let's go, let's go. Oh, Mann, oh, Mann. Schnell, 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 schnell. Zum Polizeigebäude, schnell zum Polizeigebäude. Da müssen wir jetzt etwas ganz, ganz Besonderes tun. Ich weiß zwar noch überhaupt nicht was, aber... Oh, nein. Da scheiden sich die Geister. Okay, gut. Was muss ich jetzt hier machen? Und wenn wir da sind, holen wir uns ein Fernglas und machen was genau. Ein Fernglas? Ich weiß zwar nicht genau, was mir das bringt. Aber gut. Moment, Moment, Moment. So, okay. Patrick, es wird langsam ernst. Wir müssen uns beeilen. Naja, keine Sorge. Ich muss nur noch ganz kurz wissen, was ich mit dem Fernglas hier machen muss. Äh, okay. Warte mal. Wir gehen in die Polizeicamps. Oh, you choose the place. Okay, dann machen wir was. Dann werden wir... Oh, ich glaube, den kenne ich sogar schon. Wow, warte mal. Das können wir mit den ganzen... Moment, okay, was? Das heißt, wir können das mit den ganzen komischen Laternen in der Stadt machen. Das ist ja super cool. Oh, je, oh, je. Okay, ähm, Polizeicamps, Polizeicamps. Die sind, glaube ich, hier, wenn man sich hier dran sitzt. Ah, perfekt, Leute, perfekt. So, dann machen wir das und dann machen wir das und dann, äh, warte. Ich habe es, glaube ich, nicht so ganz hinbekommen. So und dann so und... Oh, nice. Warte, äh, zack, zack. Irgendwie, warte mal, wie ging das denn nochmal? Irgendwie könnte man das auch noch bewegen. Ah, Leute, perfekt. Das ist genau der Trick, den ich machen wollte. Jetzt habe ich einen super Überblick über all die gesamte Brookhaven-Stadt. Und das, obwohl ich im Polizeigemäude bin. Oh, was bringt das jetzt eigentlich gegen die Geister? Also, Cedric, der Trick ist ja ganz nett, aber ich bin nicht sonderlich begeistert. Ah, okay, egal. Wenn Taktik und TikTok nicht helfen... Ah, dann brauchen wir nun mal die ganz normale Waffengewalt. Ah, uh, okay, ich bin bereit. Wir machen das. Ich habe zwar nur ein Fernglas, aber genau das. Lass uns rausgehen in den Kampf mit den Geistern. Ah, ah, ah. Mit dem neuen Update im Brookhaven-Kampf. Viele neue, coole Secrets. Als erstes schauen wir uns an, wie wir fliegen in Brookhaven können. Richtig krass. Als erstes müssen wir mal irgendwas ab. Auto holen und zwar ein, äh... Okay, ein Leichenwagen. Kein Problem. Schauen wir mal, ob wir den irgendwo herbekommen. Ah. Oh nein, nicht schon wieder einer. So werde ich ja nie Feierabend haben. Ach, also abgesehen davon, dass ich jetzt ordentlich Bauchschmerzen habe, geht es mir eigentlich ganz okay. Und hey, ich weiß ganz genau, wie du das wiedergutmachen kannst. Oh, du willst meinen Leichenwagen haben? Das ist unmöglich. Ich muss noch eine Leiche zum Friedhof transportieren. Ah, was ist denn so groß? Oh, sie lebt ja noch. Das ist ja schade. Alter, was bist du denn für ein komischer Leichenbestatter, Mann? Ey, komm da mal raus. Ich brauche mal ganz schnell diesen Leichenwagen. Baby, diese Irre hat mich entführt. Das ist ein furchtbar, gemeiner Verbrecher, der nichts anderes tut. Ah. Ähm, also ich sollte wahrscheinlich die Polizei rufen, aber ich habe Besseres zu tun. Alles klar, was ist das Nächste? Oh, ohne das Auto ist das ein bisschen schwieriger. Ich bin schon ein bisschen in die Jahre gekommen. So, nachdem wir das haben, brauchen wir auf jeden Fall ein Pferd. Okay, let's go. Ein schönes braunes Pferd, alles klar. Dann irgendwie hinten und dann können wir fliegen und gamen, alles klar. Wow, okay, bei ihm scheint das auf jeden Fall zu funktionieren. Probieren wir es mal aus. Okay, Leute, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Pferd. Und dann werden wir mal gucken, ob es funktioniert. Let's go. Jo. Okay, das hat auf jeden Fall auch schon mal funktioniert. Ist schon ganz cool, aber ich glaube, wir haben noch coolere Sachen, Leute. Bleibt da so dran. Ihr habt doch wahrscheinlich sicher schon von dem neuen Update in Brookhaven gehört. Und zwar mit den neuen Estates. Denn hier gibt es exakt drei neue Häuser, die wir spawnen können. Aber das kennt ihr wahrscheinlich schon. Deswegen zeige ich euch natürlich die super krassen geheimen Secrets. Und das ist wirklich krass. Denn das, was uns hinter dieser Garagentür erwartet, Leute, damit habt ihr safe nicht gerechnet. Und zwar ist es ein Hüttermann. Hey, was machst du in meinem Haus? In deinem Haus? Aber ich habe das Haus doch gerade gespawnt. Ja, wusstest du denn nicht, dass du, wenn du ein Haus spawnst, auch den Besitzer gleich mitspawnt? Denn du kannst es definitiv nicht sein. Guck dir mal dein Outfit an. Mein Outfit? Was ist denn falsch mit meinem Outfit? Sehe ich an dir Rolex, Gucci oder Prada? Ja? Nein? Dann bist du eindeutig zu arm dafür, um dieses Haus zu besitzen. Du suchst dir sicher eine Zuflucht vor irgendwelchen Leuten, die mich verfolgen. Was? Wer sollte denn daran Interesse haben, mich zu verfolgen? Wo ist der freche junge Mann, der mir meinen Job geklaut hat? Ach ja, da war ja was. Ah, ganz schnell weg hier, ganz schnell weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, ist mir eigentlich egal, ob der Typ mir das jetzt erlaubt oder nicht. Aber wir müssen unbedingt schnellen Secrets. Und zwar müssen wir dafür Sport machen. Kopf nach hinten, Kopf nach vorne. Dann hören wir damit auf, weil wir langsam Kopfschmerzen bekommen. Und machen es direkt nochmal, Leute. Und wenn wir es noch einmal tun, dann passiert absolut gar nichts. Oh, äh, oder doch. Da geht auf jeden Fall ein geheimer Raum auf, in dem wir uns verstecken können, Leute. Und zwar ganz schnell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier wird mich dieser Leifensammler auf gar keinen Fall finden. Hey, komm da raus. Ich kann nicht riechen. Und frag bitte nicht, wieso. Ähm, also ihr merkt, Leute, ihr könnt es als ein super Versteck nutzen. Oder als eine Sackgasse, wo ihr nie wieder rauskommen könnt. Aber immerhin haben wir eine Menge Geld, Leute. Let's go. Hahaha. Na gut, ich würde mal sagen, ich nutze Trick 17 und verschwinde mal hier. Das ist nicht fair. Du kannst dich doch nicht in Gräbern verstecken. Das ist mein Spezialgebiet. Hey, was machst du in meinem Haus? Dieser Zylinder ist doch sicher aus dem Jahre 1884. Nein, der ist aus dem Jahre 1885. Solche komischen Leute wie dich lasse ich auf gar keinen Fall in mein Haus rein. Ähm, lass mich rein, lass mich rein, bitte. Oh Mann, warum hat mir denn keiner erzählt, dass Einbruch illegal ist? Woher soll man sowas denn wissen? Oh, na gut, jetzt sitze ich hier im Gefängnis zusammen mit irgendeinem komischen Typen, der nichts sagen kann, außer hm, hm. Ja, genau das meinte ich gerade. Oh Mann, ey. Hey, Polizei, können wir hier nicht mal rauskommen oder so? Freilauf oder sowas in die Richtung? Oh, warte mal, da hinten ist ja der, der... Oh nein, ich werde hier niemals rauskommen. Die Türen sind viel zu stabil. Oh, wie kann man nur so blöd sein? Hey, du, was, warum sitze ich hier eigentlich nochmal? Ich bin komplett unschuldig. Hast du nicht gerade eben zugegeben, dass du eingebrochen bist? Ähm, dafür gibt es absolut keine Beweise. Oh doch, ich habe sie aufgenommen. Schau mal hier. Mann, warum hat mir denn keiner erzählt, dass Einbruch illegal ist? Ähm, das, das war ein anderer, Cedric, der, der, der... Ach komm, so was Blödes. Oh Mann, hast du wenigstens eine Idee, wie wir hier rauskommen können? Hm, war das jetzt ein Ja, hm, oder ein Nein, hm, hm. Oh Mann, kannst du denn wirklich absolut gar nichts anderes sagen, außer hm? Ich kann dich auch beleidigen, du bist voll doof. Hm, 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 hm. Au, okay, gut. Du bist nicht in der Lage zu reden, aber du kannst hören, ich habe es verstanden. Hm, 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 hm. So, jetzt habe ich endlich mal das Kaugummi raus. Mein Gott, was ist denn mit dir falsch? Hast du keine Geduld? Oh, du kannst doch reden. Ha, 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 Entschuldigung, ha, ha, oh Mann. Komm, lass jetzt keine Zeit verplempern, wir müssen sofort hier raus. Kennst du nicht mal den geheimen Ausgang? Mann, bist du das erste Mal hier? Ähm, wenn du mich so fragst, ja. Okay, wenn das so ist, dann los geht's. Nach all deinen Beleidigungen, die du mir an den Kopf geworfen hast, soll ich dir zwar nicht helfen, aber hey, folge mir. Ja, alles klar, gut, oh Mann, los geht's, auf die Toilette. Äh, oh, oh, das ist ja mal, wow, okay. Hier scheint es wohl einen geheimen Gang zu geben. Wie du siehst, siehst du nichts ohne Taschenlampe. Wovon redest du? Arsch, ach, wieso bekommt mein Kopf immer so viel ab? Warum nicht mal die Füße oder die Beine oder so? Hier, nimm mal eine Taschenlampe. Danke, Mann, das ist aber richtig cool. Oh, ich wusste gar nicht mal, dass es hier ein geheimes Labyrinth gibt. Sag mal, weißt du mal, wo das Ganze hier hinführt oder so? Das ist eher so, eher so raten. Irgendwo wird schon ein Ausgang sein, hoffe ich zumindest. Oh, Mann, Alter, das ist wirklich ein ganz schön gruseliges Labyrinth. Oh, hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Es ist eine grüne Wand, durch die ich durchgehen kann. Ich habe den Ausgang gefunden, das ist ja klasse. Großartig hast du das gemacht. Oh, nein, hinter dir. Auf diesen uralten Trick falle ich doch nicht rein. Oh, nix da. Dachtet ihr wirklich, ich wüsste nicht Bescheid über den geheimen Gang? Da müsst ihr euch schon was Besseres einfallen lassen. Oh, Mann, ich kann schon verstehen, dass es den Polizisten vielleicht nicht gefällt, wenn man Ausbruchversuche macht. Aber müssen wir jetzt wirklich ernsthaft in der Kaffeteria arbeiten? Natürlich. Das ist die beste Strafe, die ich mir hätte ausdenken können. Sag mal, habt ihr irgendwo meinen Partyhut gesehen? Ich vermisse ihn schon seit einer Weile. Nein, keine Ahnung, wovon du redest. Schade. Na ja, egal. Denk dann den Abwasch. Oh, Mann. Der denkt doch nicht ernsthaft, dass wir wirklich in der Kaffeteria arbeiten werden. Du hast doch schon safe den Plan, oder? Oder? Shit, dreckig. Ich muss dir was sagen. Ich bin zwar ein Zauberer, aber ich kann doch keine Wunder vollbringen. Du bist ein Zauberer? Im Ernst jetzt? Nein, bin ich nicht, aber ich hab trotzdem keine Ahnung, Mann. Hey, Leute, ich würde gerne eine Bestellung aufgeben. Einmal totes Reh mit totem Gemüse, toter Beilage und toter Soße. Bitte, danke. Cool, kein Problem. Soll das Geschirr auch tot sein? Haha, du Scherzkeks. Ich weiß ganz genau, dass Geschirr nicht tot sein kann. Wow, surprise. Du bist ja gar nicht mal so doof, wie ich dachte. Jeder weiß doch, dass das Geschirr aus den Hörnern von toten Einhörnern besteht. Sie können doch nicht zweimal sterben. Äh, vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Okay, gut. Ich würde gerne eine Bestellung aufgeben. Totes Reh und... Nein! Gut, wenn du dich damit zufrieden gibst, dann gehe ich halt eben selber mal eine Runde suchen. Habe ich hier irgendwo was finden? Hey, das ist doch ein Wenn. Das sieht doch ziemlich offensichtlich nach einem Ausgang aus. Ha, Leute, ihr wusstet doch ganz genau, dass... Habt ihr verstanden, ne? Was, ihr wusstet, was ich sage? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Naja, einen Ausweg haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Und es führt, glaube ich, ins gleiche System wie gerade eben. Deswegen schauen wir uns mal noch ein Secret an. Let's go! Ha, steh, 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 los! So, 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 Mann, die Polizist kriegt uns doch gleich! Mach dir keine Sorgen, Cedric. Ich habe einen Kontakt. Okay, gut, wo müssen wir lang? Nach Mexiko. Falls wir wirklich schnell laufen und auf dem Weg ein bisschen schwimmen lernen, sind wir in etwa fünf bis vier Jahren da. Okay, das ist ein guter Plan. Was? Nein, das ist ein schlechter Plan, Mann. Das ist viel zu weit. Okay, du hast recht. Warte, lass mich nachdenken. Ah, ja, richtig. Ich kenne da noch jemand anderen. Der wohnt etwas näher. Okay, wie nah ungefähr? Genau, dort. Was? Okay, wieso kamst du denn erst mit Mexiko und dann erst mit... Ach, egal, vergiss es. Okay, gut, wir gehen auf jeden Fall mal hier rein. Let's go! Ähm, hallo, wir brauchen deine Hilfe. Ah, ihr braucht also meine Hilfe. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Näh, nicht Chinesisch, Mann, du sollst uns helfen, sofort! Nein, nach Chinesisch hört sich das nicht an. Eher nach Französisch. Hola, amigos. Lesbos. Nein, wir reden Deutsch. Ach, weißt du was? Egal, zeig uns einfach, wo wir uns verstecken können vor der Polizei. Und zwar schnell, und zwar jetzt. Ein Versteck sucht ihr also in meinem Haus. Da hätte ich was für euch. Ihr solltet es nicht allzu schlecht sein. Angenehme Temperaturen. Äh, also wenn du mich fragst, ist es ein bisschen zu heiß. Zu heiß? Alles klar. Das war nicht so gemeint. Ach so, na gut. Aber wenn der Kühlschrank nichts ist und die Sauna auch nicht, dann habe ich nur noch eine einzige Möglichkeit. Na gut, dann los. Oh Mann, äh, was? Okay. Wah, ich bin nur ein bisschen zu doof, um zu springen. Hallo? So, hier hoch. Lol. Wow. Alter, das ist doch perfekt. Warum hast du uns das nicht gleich gezeigt? Nun ja, ich wollte es euch nicht zeigen, weil ich Angst hatte, dass jemand von euch mein Tresor überfallen wird. Aber ich meine, ich habe euch jetzt kennengelernt und ihr seid echt nette Leute. Worüber hat er gerade geredet? Ah, nix. Alles gut. Dann kannst du jetzt auch bitte wieder gehen, ohne dich umzudrehen. Haha, und zwar schnell. Merkwürdiger Wunsch, aber na schön, ich werde ihm nachkommen. Alles klar, gut. Oh Mann, hier sollten wir auf jeden Fall eine Weile sicher sein von diesem komischen Polizisten. Und, äh, naja. Du tust deinem kriminellen Ruf gerade alle Ehre. Hey Leute, jetzt wo Cedric im Urlaub ist, will ich dir um zu übernehmen. Hahaha. Haha, was machst du denn da? Das ist mein Video, Herr Rekwürdiger. Heute schauen wir uns mal wieder richtig cool im Filten in Roblox Brookhaven an. Leben wir los. Ich habe einen wirklich komischen geheimen Raum in Brookhaven gefunden. Okay, dann zeig auf jeden Fall, was wir da tun müssen. Und dafür brauchen wir ein ganz besonderes Haus. Und zwar genau dieses hier. Okay, das besorgen wir uns mal. Okay, dieses Haus sollen wir uns jetzt erstmal holen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ich muss erstmal ganz kurz suchen. Welches genau war das denn nochmal? Ähm, das müsste ungefähr das hier gewesen sein. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was da drin passieren wird. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall in das große Schlafzimmer. Oh, okay, hier müssen wir auf jeden Fall ins große Schlafzimmer gehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin schon mal super gespannt, ob ich hier irgendwas Großes finden werde. Okay, alles klar. Okay, so, jetzt müssen wir auf jeden Fall was anderes machen. Und zwar, hä? Äh, okay, zugucken, dass irgendeine Person von der Decke springt. Okay, ich verstehe nicht genau wieso, aber egal. Dann müssen wir da durch, durch eine Wand. Und was ist das denn? Hä? Hallo? Okay, kurzer checkender Blick an die Decke. Da ist auf jeden Fall gar nichts. Und wahrscheinlich wird auch absolut nichts in diesem komischen Raum sein. Aber trotzdem, gut, dass wir den gefunden haben. Hey, Cedric, du schuldest mir noch was. Ich schulde dir noch was? Äh, was denn genau? Äh, keine Ahnung, sicher schuldest du irgendjemanden irgendwas. Oh, äh, nein. Weißt du, ich bin eigentlich wirklich sehr zuverlässig, wenn es um Rechnungen geht oder sowas. Ich bin immer bemüht, die immer gleichzeitig zu bezahlen. Lila Melone weiß auch ganz genau, wovon ich rede. Hey, ich habe absolut keine Ahnung, wovon er redet. Er hält mich hier gegen meinen Willen fest Hilfe. Ah, das ist eine absolute Lüge. Geh in dein Zimmer. So, okay. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass wir uns da gut verstehen, oder? Hey, ja. Okay, mach keine Faxen und stell dich auf das Y. Also, ich will ja nichts sagen, aber bist du dir wirklich sicher, dass das ein Y ist? Also, für mich sieht es eher ein bisschen wie ein X aus. Ach ja, kann schon möglich sein. Ich habe im Kindergarten nicht so viel aufgepasst. Was? Was? Also gut, wenn wir jetzt schon in diesem seltsamen Raum sind, den ich noch nie gesehen habe, was machen wir dann eigentlich hier? Nun ja, du bist hier, weil ich dich entführt habe. Ah! Und damit du dich auf das Z setzen kannst. Ah! X! Ah! Ach ja, und das wollte ich auch noch fragen. Warum genau hast du mich eigentlich entführt? Was soll ich denn hier machen? Das wagst du auch noch zu fragen. Ha, 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 ha. Äh, ich habe absolut keine Ahnung, warum habe ich dich nochmal entführt? Ach, weißt du, ich bin aus dem Kindergarten rausgeflogen wegen meinem schlechten Gedächtnis. Oh, das tut mir echt leid, Mann. Moment mal, warum kannst du mich daran dann noch erinnern? Kann ich gar nicht, ha, ha. Oh Mann, okay, weißt du was? Lass uns einfach den ganzen Kram hier sein lassen und wir schauen uns neue coole Secrets an. Ist das okay für dich? Warte, lass mich mal ganz kurz nachdenken. Wer bist du eigentlich? Und wo sind wir hier? Mann, es ist doch immer das Gleiche. Jetzt wurde ich schon wieder von irgendeinem komischen Typ mit Kurzzeitgedächtnisproblemen entführt. Na gut. Oh Mann, wo sind wir denn eigentlich hier? Wow, Alter, wir sind... Was machst du denn da im Boden? Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit, dass du mich hier einfach so alleine lässt. Nein, der Boden ist nicht lose. Er ist einfach nur unsichtbar. Oh, Alter, du musst hier. Hier, komm mit mir. Hier, hier, hier musst du hochgehen. Und zack. Oh Mann, Alter. Das ist ein geheimer Raum in diesem coolen, gruseligen Haus. Wer ist da? Was? Leute, ich glaube, ich habe einen Geist gesehen. Was ist das denn? Okay, okay, okay. Hallo, wer bist du? Ich bin die Pommesfee. Was, die Pommesfee? Die gibt es doch gar nicht. Weißt du eigentlich, in welchem Haus wir gerade sind oder wo wir das nächste Secret finden können? Oh, natürlich weiß ich das. Es gibt ganz viele Secrets in meinem Zuhause. Ich kann sie dir gerne zeigen. Ernsthaft, das kannst du wirklich? Natürlich. Und ich wäre sogar so freisier zu zeigen. Wenn du aufhören würdest, meine Pommes zu futtern. Wow, folge mir einfach. Oder weißt du was? Nein, lass es sein. Wir teleportieren uns. Herzlich Willkommen in meinem Zuhause, verehrte Gäste und Cedric. Oh, ja, Mann. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Urlaub im Schwimmbad. Schwimmbad? Wir wollen gar nicht ins Schwimmbad gehen. Wobei, naja, gut, das ist so ein halbes Schwimmbad, denke ich mal. Aber das ist eigentlich nur das Zuhause der Zahnfee. Ich meine, der Pommesfee. Nein, nein, Cedric, die Zahnfee ist die böse Schwester der Pommesfee. Weil alle Leute, die zu viel Pommes essen, zu ihr gehen müssen. Oh, wobei, warte mal, dann helfe ich hier sogar. Oh, na egal. Oh, kein Schwimmurlaub, jetzt bin ich aber wirklich sauer. Na gut, wie auch immer. Lass uns einfach mal reingehen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hier von diesem Haus weiß ich schon eine Menge. Zum Beispiel, dass man diese Schaufel hier einfach aus dem Graben rausnehmen kann. Oha, Alter, damit kann ich auf jemanden anschaufeln. Sag mal, wer ist der Typ in deinem Pool? Ich bin hier als Strafe, weil ich zu viele Pommes gegessen habe. Was? Wer würde denn sowas tun? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, na schön. Wir haben, glaube ich, auf jeden Fall noch einen Besucher. Oh, warte mal. Äh, äh, was so? Oh, okay, ähm, hey, junger Mann oder Maus. Äh, können Sie, äh, hier wollen Sie vielleicht irgendwas kaufen? Oh, warte mal, ich kann, kann ich mir da irgendwas... Alter, ich habe hier so einen eigenen Stand vor dem Haus. Das ist ja voll cool. Ich wusste gar nicht, dass die Pommesfee sowas besitzt. Aber natürlich, Zertrick besitzt die Pommesfee einen eigenen Stand, wo sie alles außer Pommes verkauft. Ich sollte mit meinem Manager nochmal darüber sprechen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Hey, pst. Was? Hat mir jemand gesagt, ich soll leise sein, damit absolut niemand mitbekommt, dass jemand mit mir sprechen wird? Pst, leise sein, habe ich gesagt. Oh, natürlich. Äh, aber das hast du nicht gesagt. Du hast einfach nur pst, pst, gesagt. Ich weiß ganz genau, wo hier ein geheimes Versteck ist. Du weißt ganz genau, wo hier ein geheimes Versteck ist? Ja. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, du Holzkopf. Lass uns einfach darauf achten, dass wir die Pommesfee nicht erschrecken. Ah! Autsch, Zertricktum ist über mich gelaufen. Oh, keine Sorge, das war Absicht. Absolut keine Absicht, meinte ich natürlich. Hey, Leute, wann fahren wir jetzt eigentlich ins Freibad? Wir sind immer noch nicht im Freibad. Ach, weißt du was? Spring einfach da rein. Das ist ein Freibad. Oh, yeah. Ein großes, naturelles Freibad. Wuhu. Hey, raus hier. Das ist mein Pool. Okay, siehst du, ich habe sie abgelenkt. Das ist übel intelligent von mir gewesen. Und das ist auch überhaupt nicht zufällig passiert. Komm mit, komm mit, komm mit. Okay, dann lass uns hier einmal ganz kurz runtergehen und schauen, ob wir irgendeinen geheimen Raum hier finden. Ich weiß ja nicht. Oh, wow, Alter. Das ist ganz schön krass. Ich kann mich zwar schon daran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Aber ich glaube, beim letzten Mal haben wir das hier nicht gezeigt. Oh, äh, ich laufe gegen eine Wand. Okay, ich glaube, ungefähr hier irgendwo wird das schon... Oh, wow, Leute, ich habe es gefunden. Ich habe einen kleinen See gefunden, der sehr klein ist. Und da ist der bestversteckteste Tresor, den ich jemals gesehen habe. Ehrlich gesagt, da sind die ganzen Schätze der Pommes-Fee drin. Hahaha. Oh, schade. Es ist Geld. Ich dachte, es wären mehr Pommes. Na gut, egal. Schauen wir uns das nächste Secret an. Okay, Leute, ich habe jetzt das krasseste Secret für euch, was ihr jemals gesehen habt. Denn wenn ihr einen Daumen nach oben und den Abo auf den Kanal erlässt, da wird genau hier eine Riesenkartoffe erscheinen. Ah! Okay, Spaß. Aber trotzdem ist ein Like und ein Abo auf den Kanal, was cool ist. Okay, gut. Alles klar, Mann. Hast du noch irgendeine Idee, was wir uns noch anschauen können? Warte, lass mich nachdenken. Ja, ich habe was. Ernsthaft, was denn? Äh, ich habe es vergessen. Oh, Mann. Na gut, egal. Was fällt mir noch irgendwas ein? Oh, lass doch mal zum Restaurant gehen. Ich glaube, da ist auch irgendwas ziemlich, ziemlich cooles, von dem ich gehört habe, dass es passieren soll. Und zwar ein Ort, an dem man irgendwie Essen bestellen kann mit einem Auto. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist Essen, ein Restaurant und ein Auto. Und ein Dino. Mein Gott, ich liebe diese Dinger. Ich habe sie in der Steinzeit gegessen. Aber in der Steinzeit gab es doch keine Dinosaurier. Wirklich nicht? Dann habe ich sie ja nie gegessen. Weißt du was? Ist mir auch egal. Lama weiter, was du willst. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein Auto besorgen. Ein Auto, was gerade groß genug ist für uns beide. Und für den Dino. Hey, sag mal. Oh, na gut. Der holt sich ein eigenes Auto. Okay, verstehe ich. Alles klar. So, dann lass uns auf jeden Fall mal da reinfahren und schauen, ob ihr das irgendwie hinbekommt. Ach, da steht ein Auto im Weg. Der Drive-Thru. Oh, Mann, ey. Da muss man immer so lange warten. Okay, Leute. Da haben wir auf jeden Fall einen Schalter bekommen. Ähm, bitte bestellen. Fahre vorwärts. Okay, wir drücken einmal und dann fahre ich vorwärts. So, okay, Leute. Was passiert denn jetzt? Hallo, ich hätte gerne was zu essen. Ich hätte gerne Dino zu essen. Was ist denn hier los? Okay, na gut. Egal. Oha, Leute. Ihr steht wirklich ernsthaft mein Name. Nur mein T-Shirt sieht so ein bisschen rot aus. Transaktion jetzt abgeschlossen. Oh, okay. Oh, warte auf den ersten Kunden. Oh, das ist ja super cool. Ich habe jetzt mein Essen bekommen. Und die fahren mit meinem Auto weg, wollte ich gerade schon sagen. Ähm, ey, sag mal. Der Typ, der gerade eben hier drin war. Was machst du in meinem Auto? Psst, ich habe dem Besitzer des Autos sein Auto geklaut. Der ist eh richtig dumm. Es ist so ein blonder Typ mit Sonnenbrille und... Äh, verlass mein Auto. Tja, das hast du auf jeden Fall davon. Und raus jetzt aus meinem Auto. Hopp, 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 Mann. Ach, immer diese Leute hier. Ja, ja, du kannst mitkommen. Du bist cool, weil du hast mich entführt. Wobei, irgendwie... Na, egal. Gut, ich bin mir relativ sicher, dass es noch irgendwas gibt, was man machen kann. Hast du noch irgendeine Idee, was man tun könnte? Oh, wenn ich mich richtig erinnere, dann war ich früher mal einer der Entwickler von Brookhaven. Echt jetzt, was du nicht sagst? Weißt du was, wirklich mal einer der Entwickler von Brookhaven? Äh, nein. Oh, Mann. Oder doch. Oder auch nicht. Oder doch. Oder Fisch. Was? Fisch? Was laberst du? Irgendwie habe ich das komische Gefühl, wenn man Aiden Lee Wolf an einer der Aushängetafeln in Brookhaven schreibt, dass man dann woanders hin teleportiert wird. Im Ernst? Davon habe ich noch niemals gehört. Okay, na schön. Dann würde ich mal sagen, nutzen wir unser sehr, sehr langsames Auto, um gegen die Wand zu fahren und um einfach mal hier oben hinzugehen. Und du sagtest, wenn ich jetzt Aiden Lee Wolf eingebe, dann werde ich irgendwo anders hin teleportiert an einen ganz besonderen Ort oder ich falle runter. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, die passieren kann. Man kann nämlich diese Schilder, wenn man hier einfach mal draufklickt, bearbeiten. Und dann schreiben wir mal Aiden Lee Wolf drauf. Denn Aiden Lee Wolf ist einer der Leute, die das Spiel entwickelt haben. Und dann, wow. Wow, ich spüre schon, wie es passiert. Oh, sorry. Das war echt nicht meine Absicht. Huhu. Du musst ja nicht mal das Roboter furzen können. Hier passiert absolut gar nichts Interessantes. Das ist voll langweilig. Lass uns doch irgendwas Besseres machen wie... Oh, Mann, Alter. Junge, was ist denn hier passiert? Oh, wow, Alter. Wo sind wir denn hier gelandet? Ist das wirklich ein anderes Spiel? Oh, ich habe ein Geschenk gefunden. Ein... Was auch immer das ist. Oh, okay, cool. Na gut, Leute. Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, sind wir hier nicht in diesem Spiel gelandet. Denn das ist einfach nur... Ich meine... Oh, hey, da bist du ja auch. Gut, Leute, ich würde trotzdem sagen, das waren ein paar gebastelte Mythen in Roblox. Lasst euch auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Abonnenten auf den Kanal. Da haben keine Verlösen. Das war's. Na gut, rein. Und ciao.